So und jetzt sehr wachsam. Wow! So viel zum Thema sehr wachsam. Ich dachte echt, ich habe das Portal in die andere Richtung gebaut. Oh, da ist ja direkt unsere Leiche. Aber hier sind auch die ganzen Feinde. Ich gehe mal nach hier hinten und beschwöre mir mal ein paar Skelette und gucke mal, was passiert. So. Dann ist der nämlich abgelenkt. Dann kann ich schön hinten in seinen Rücken ballern. Oh, dann mache ich auch mehr Damage. Und ich dachte, der ist mit einem Schlag tot. Ist er gar nicht. Aha. Ist ja erfreulich. Man sieht gar nichts. Warum nicht? Weil das so früh morgens ist, ne? Soll ich mal noch einen beschwören? Komm. Ach ja, das kostet ja übel viel, ne? Stimmt. Warum regenerieren wir so langsam? Weil wir nass sind. Scheiße. So, noch ein. Live und Holmfridur. Okay. Portal kaputt gemacht. Kann das sein? Ne, da steht es. Alter, man sieht gar nichts. Kann zwar heller werden, bitte. Und wo ist denn der Morgen? Den muss ich unbedingt plätten. Weil sonst werde ich jedes Lebens nicht mehr. Bruder ist er noch. So. Ja, brenne. Verdammt. Bleib hier. So, ne Salve. Das meine ich mit ablenken. Ist gar nicht schlecht. Allerdings. Ach so, da ist doch der andere. Ich wollte gerade sagen, ist es der andere schon tot? Nö. Hm. Ist doch besser als gedacht. Oh, der ist gleich da unten. Na komm. Ein Hit noch. Zwei, drei Hits noch. So. Auf Wiedersehen. Und gib mir dein Herz. Oh. Morgen Sehne. Ask win Mantel. Mhm. Ja gut. Den da noch. Tschüss. Und dich noch. Auf Wiedersehen. Ja mit dem Loot. Und tschüss. So. Und hier bei der Lava natürlich auch was. Logischerweise. Hm. Und irgendwie das mit dem Portal war auch gerade sehr ärgerlich. Erstmal sollte ich meine Sachen zurückholen, ne? So. Der hat den La... Hat der die Lava entfernt? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade. Gut. Aber erst mal hier natürlich unsere Sachen holen. Ich mach mir mal mein Energieschild. Und mach mir mal einen Untoten. Und zack. So. So. Dann die Sachen wieder zurück. Das wieder zurück. Den Gürtel können wir anlegen. Und dann muss ich hier gleich nochmal herkommen, ne? So sei es. Dann gib mal her. Möglichst viel Loot. Und ich bring das schon mal alles zurück. Ist das alles normales Holz? Nee. Aschenholz. Sehr gut. Immerhin. Dann das schon mal wegbringen. Weil wir sind bis oben hin überfüllt. So. Auf zum Lootloch. Und alles runtergeworfen. Das hier. Die hier. Und die Sachen. Die Klamotten pack ich mal hier hin. Damit sie nicht im Weg sind. Ich hab sie auch immer die ganze Zeit bei der Treppe hingelegt. Ich leg die mal da hin. Das alles. Das hier kommt wieder so. Das hier kommt hier hin. Der auf die drei. Drei. Ja. Und das. Das. Das kommt hier hin. So. Hätten wir das schon mal. Ich weiß nicht. Ich hätte gerne alle in der oberen Leiste. Ehrlich gesagt. Sowohl die drei Tränke. Als auch den sowieso. Auf der vier. Den hier. Falls wir auf dem Astrid treffen. Den falls wir auf ne Gruppe treffen. Und den zum Skillen. Hm. Keine Ahnung. Aber das mit den Skeletten war gerade gar nicht so schlecht. Ich geh nochmal zurück und hol den anderen Stuff. Und ich drehe mal auch das Portal hier tatsächlich. Wenn das ein bisschen zu risky war gerade. So. Sollte connecten. Jo. Und nochmal hier hin. Und nochmal alles aufgesammelt. Zack. Ständig geborgen. Und nichts wie weg hier. Und dann würde ich nämlich sagen. Wir bauen uns da mal rüber. Und bauen das Ding da ab. Habe ich schon wieder viel gehört. Ne ne. Oh Gott sei Dank. So. Dann laufen wir mal hier rüber. Und ich würde tatsächlich mal kurz hier runter jumpen. In unser Lager. Schon klar. Wir sammeln hier jetzt natürlich den ganzen Müll ein. Aber ich wollte mir hier mal einen Stack. Oder zwei Stacks Holz rausholen. Nochmal so. Schmeiß das hier davor. So. Und. Das alles hier hingeworfen. So. Ja den Siebener lasse ich auch mal da. Die nehmen wir natürlich mit. Axt und Spitzhacke immer dabei. Selbstverständlich. Und da sind die Sachen. Gut. Ja die. Die spawnen ja nicht ne. Also mal. Ja wir haben hier überall Workbench. Okay. Gut. Ja dann würde ich sagen. Wir machen direkt weiter. Und ich würde dann mal. Uns rüber bauen. So eine Brücke bauen. Und dieses Erz abbauen da. Irgendwie ne. Mal gucken. Energie steht. Oh endlich ist es hell. Gott sei Dank. Jetzt sieht man mal was. Uh. Sieht schon gefährlich aus. Hm. Ich baue mal. So. Es geht doch oder? Ich kann doch hier einfach mit Holz bauen. Oder nicht? Oder sagt er dann so. You wish buddy. Er sagt you wish buddy. Hm. Warte mal. Verliert es jetzt Leben? Ja. Es verliert einfach Leben. Hm. Hätte ich mir so gedacht. Ne? Wie kommen wir denn da rüber? Shit. Wie kommen wir da rüber? Hm. Ah. Da ist auch eine Krähe. Ja. Auf jeden Fall. Mit Holz kommen wir hier nicht weit. Ich schmeiß das Holz deswegen mal wieder hier vor. Ich recherchiere mal kurz. Okay also ich hab da gerade was interessantes gesehen. Okay der. Das waren nur die Bäume ne. Da sind keine Viecher. Äh. Ich hab gerade was interessantes gesehen. Da will ich mal kurz zurück gehen. Und zwar. Also so wie das gerade aussah. Gibt es jetzt so ne Bomben? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube wir haben diese Bombe auch schon gesehen. Und ich hab mich sehr stark gewundert. Oh. Warte mal. Das hätte ich direkt einsortieren können. Dann muss ich das nachher nicht machen. So. Und hier auch Aschenholz. So. Und zwar. Da hatte ich doch irgendwas gelesen. Und mich auch gewundert. Was das heißen soll. Hier haben wir Gallensaftbombe. Vorsicht verwenden. Asaltbombe. Das hier meine ich. Wird bei ausreichender Hitze. Nach der Explosion fest. Ja das ist es doch oder nicht. Spurisitpulver. Blase und Haut. Monster Organe. Wir haben zwölf Blasen. Immerhin. Eine lasse ich mal drin. Damit wir wissen dass die hier reingehört. Und außerdem die Haut. Die sind bei heute. Da lasse ich auch eine drin. So. 23. Und was war das noch? Scheiße ich hab's vergessen. Ach ja dieses Pulver. Bei Feuer. Davon haben wir Gott sei Dank mehr als genug. Das müsste es sein. Glaube ich. Mal schauen. Herstellen. Ist jetzt ganz oben. Basaltbombe. Ja. Also ich hab das eben gerade. Neue Gegensatz Basaltbombe. Fünf Stück. Ah wir craften auch immer direkt fünf. Mit den Zutaten. Das ist natürlich praktisch. Soll ich mal einfach ein Stack machen? Ein Fuffi Stack? Ja komm. Ich weiß nicht genau wie viel wir brauchen. Die lassen sich ja wahrscheinlich schmeißen wie die anderen Bomben auch. Gehe ich mal von aus. So. Und dann packe ich die mal hier hin. Und mach den ganzen Stuff wieder rein. Feuer. Hier rein. Heute hier rein. Und Organe hier. So. Und dann gehen wir zurück. Probier ich mal aus. Mal gucken. Also. Weil sonst weiß ich auch nicht wie wir da hinkommen sollen. Wir können ja mit Stein bauen. Aber es ist gut möglich dass der Stein auch kaputt geht. Ne. Hm. Ja. Let's go. So. Und jetzt erstmal gucken ob wir Feinde sind. Sieht aber alles safe aus. Ich frag mich ob dieser Knochen da eine von diesen Brustkörben ist. Ähm. Und jetzt würde mich mal interessieren wenn ich jetzt sechs mache. Sechs mache. Hihihi. Ähm. Warte mal. Hm. Ich mach einfach mal. Ja ne. Ah doch. Ah. Aha. Gut. Das beobachte ich mal. Wie lange ist denn der da? Ach so. Der soll dann da so drauf schwimmen. Ich verstehe. Ich jump mal drauf. Und jump rüber. Hol mir außerdem mein Energieschild. Flammenkernerz. Aha. Aha. Wusste ich's doch. So. Ja. Dann würde ich sagen. Mache ich mal so. Und wir arbeiten den mal ab ne. Ach warte mal. Erstmal hat die Krähe uns was zu sagen. Was denn? Munin. Ah. Ich bringe Botschaft vom Allvater. Ehre wird in Flammen geschmiedet. Schlage hart auf den Amboss. Ja. Würde ich gern. Da würde ich dann einfach mal anfangen. jetzt hier zu buddeln. Von oben nach unten abbauen. Weil ich glaube. Wenn wir. Wenn ich versuchen will. Dass es alles einkracht. Wird das nicht funktionieren. Aha. Das Ding ist verschwunden. Und deswegen von oben nach unten. Macht glaube ich mehr Sinn. Weil sonst komme ich oben nicht mehr hin. Und bauen können wir hier ja auch nicht richtig. Deswegen nach ganz oben. So. Und da würde ich sagen. Flammenkernerz. So. Hör damit. Flammenkernerz. Ja. Sieht doch ganz anders aus. Ein Erz voller leuchtender Adern. Das sich warm in der Hand anfühlt. Muss in einem Schmelzofen veredelt werden. Ja. Na klar. Ach. Das hier ist auch Flammenkernerz. Das ist gar kein Stein. Oder wie? Ach. Das können wir gar nicht abbauen. Ich sehe. Ah. Ich verstehe. Gut. So. Wäre natürlich auch schön. Wenn es nicht in die Lava fällt. Huch. Oh. So. Halt. Oben bleiben. Oben bleiben. Ja. Dann war es sogar noch besser. Das von unten nach oben auszubauen. Überall Feinde. Da habe ich natürlich Angst. Und wie sieht es eigentlich gewichtmäßig aus? Ist noch alles gut. Greifen wir dir das Portal an? Ja. Sollte ich mal abhauen. Oder? Aber jetzt bin ich gerade schon hier. Soll ich mich jetzt um die kümmern? Klammkernärz. Sollte ich, ne? Portal sichern und so. Mach ich mal. So, Moment. Hier rauf. Und hier rauf. Und weg hier. So, dann hole ich den Schädel raus. Und mach mir ein paar Kollegen. So. Ja, ich weiß, ihr könnt natürlich den Skillstab auspacken. Aber mit Frost fühle ich mich doch deutlich sicherer. Weil wir damit so viel Schaden machen. Dreist, wollte er mich von hinten angreifen. Muss eigentlich mein Kollege ist ja schon tot. Scheinbar. So. Salve rein. Energieschild. Oh oh. So. Nein, daneben. Gut, ich bleib bei Frost. Der ist schon mal deren. Achso, ich dachte, er explodiert. Gut, dann nicht. So, jetzt kannst du mal explodieren, bitte. Wow. Okay. Hat er auf mich gehört. Dankeschön. Dann nehmen wir hier das Pulver mit. Und Aschholz und alles, was hier so rumliegt. Und wir reparieren unser Portal. Was ist hier los? Ach, da sind noch ein paar Vulkangeier-Sachen. So, Portal. Verschiedenes. Reparieren. Ach, die Station fehlt. Verstellung. So. Bauen wir hier wieder hin. Und Portalware sogar repariert. Hier kommen die ganze Zeit so komische Geräusche. Das ist er gewesen, ne? Ja, mit dieser Explosion zu arbeiten, macht schon Spaß. So, du stirbst. Und du stirbst. Jetzt komm her. So. Und dann baue ich hier weiter Metall ab. Gar nicht die große Zeit verschwenden. Ich könnte eventuell schon mal ein paar Sachen davor schmeißen. Das, was wir jetzt schon haben. So. Und so. Und dann machen wir weiter. Und zwar sechs. Aha. Müssen wir hier so eine Plattform bauen? Bin ich ja gar kein Freund von. Von 3D Jump'n'Run. Bin ich ehrlich. So. Nach oben. Und weiter gemacht. Schön von oben nach unten alles abgefrühstückt. Sieben. So. Hier hoch. Das klingt aber gar nicht gut. Das rüttelt. Gut. Ich mach mal weiter. So. Das Ding sinkt. Wie der Leviathan kann das sein? Ja. Es sinkt. Ich verstehe. Ich verstehe. Schnell. Schnell. Schnell, 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 schnell. Das hier noch mitnehmen. Und das war's. Nein, schnell. Sechs. Ah, das ist ja gemein. Okay. Ich verstehe. So. Und es wird dunkel. Und wir haben ordentlich Ressourcen. Ich nehm hier mal hier alles auf. Was geht. Ich trag zu viel. Scheiße. Weg damit. Und dich umbringen. Bevor du hier mein Portal kaputt machst, wenn ich nicht da bin. Warum läuft der jetzt weg? Halb hier. So, tschüss. Und dann war hier das Flammkernherz. Das nehm ich mit. Und alles, was hier so rumfliegt. So. Ist hier noch irgendwas? Das hier krieg ich nicht mit. Das sind aber auch nur ein paar verkohlte Knochen. Dann lass ich mal Holz hier und nehm das mit. Pfff. So, wir haben unsere erste Fuhre. Ah, sogar ein Stack voll. Ah, okay. Ich dachte jetzt, wir haben deutlich weniger geholt. Aber wir haben immerhin einen kompletten Stack. Ist aber wahrscheinlich trotzdem so gut wie gar nichts, ne? Wenn ich das in Relation setze, was wir brauchen werden, ist das bestimmt nichts. Aber gut. Ich schmeiß mal den ganzen Stuff ins Lootloch. Sollte trotzdem Tränke und so mitnehmen, ne? Die Axt zum Beispiel könnte ich jetzt hier lassen. Die hier, hm. Lass ich auch erst mal noch. Huch. Oh. Ach, weil der Stack voll ist, ne? Dann fällt der nicht so weit. So. Und es ist Nacht geworden. Das heißt, wir schmeißen uns kurz zu der Pofe. Weil nachts mache ich ganz bestimmt nicht weiter. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich habe sie doch noch alle. Also würde ich sagen, gute Nacht. So, guten Morgen. Und ich habe gerade überlegt, bevor ich jetzt wieder zurückgehe, also das mache ich gleich, werde ich mal ganz kurz eine Fuge von dem neuen Metall anschmeißen. Das ist der Dreier. Wo ist denn der? Da, ne? Flammkern, der ist 30. Und das mache ich schon mal an. Dann, während wir in den Aschenlande weiter gucken nach Erz, kann hier schon mal ordentlich was geschmolzen werden. So, dann kommen wir nämlich wieder und haben tausend neue Rezepte wahrscheinlich. So, die Kohle rein. Und hier auch. Und dann hier rein. So. Warte ich noch auf den 20. Ja, warte ich. Komm. Beeil dich. So. Und so. Und rein damit. Und den, das restliche Erz packe ich mal hier rein. Ja, das müssen wir auch neu sortieren, ne? Ich mache erst mal hier so. Ist ja völlig egal. Und wir gehen wieder in die Aschlands. Und gucken nach mehr Erz. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Verhältnismäßig. Auch wenn es jetzt wirklich gefährlich ist, dieses Erz zu bekommen. Vor allem, dass das Ding sinkt. Das war ja gemein. Aber ich habe mir schon gedacht, die machen das bestimmt nicht zu leicht. So, weiter geht's. So. Hier ist schon wieder was eingekracht, aber ich glaube, das war wieder nur ein Baum. Energie stellt. Und außerdem Nahrung sehe ich gerade. So. Hm. Wir haben immerhin einen Erzturm gefunden. Das heißt, wenn wir dann abarbeiten... Da ist einer. Wenn wir die dann abarbeiten, müssen wir also gut aufpassen. Und wir müssten uns schon auch beeilen, um möglichst viel zu bekommen. Das ist wie bei dem Leviathan. Ich nehme das hier mal mit. Und zieh mal nach da hinten weiter. Allerdings natürlich aufpassen. Weil wir jetzt nicht kein... Wie ist es kürzer? Darum oder darum? Hier rum, ne? Ich glaube, ja. Oh, so viel Holz, was da eigentlich schon abfertig bereit liegt, ne? Hier ist es so... Das ist so ein richtig schön ruhiger Wald. Ich glaube, ich speichere mir den mal ein. Aha, nenne ich das mal. Ascheholz. Nee, ich wieder mit den langen Wörtern anfangen. Und hier gibt es hier vielleicht auch so einen... Äh, 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 wie heißt er? Asquin, Brustkorb oder nur Knochen. Ah, stimmt. Das waren nur die Ägges. Und das hier? Fragmente. Da! Das meine ich. Hör damit. Sehr gut. Und du gehst mir mal bitte nicht auf die Nerven. Und Asquin. Zwei sogar. Ah, oh, ah, oh. Ähm. So. Und. So. Der Asquin hat sogar einen Stern. Oh, Mann. Scheiße, Mann. Oh, nee. Bitte nicht. Ich werde doch schon wieder sterben. So, ich geh mal hier um auf den Stein. King of the Hill mäßig. Und hoffe, dass ich hier mehr Kontrolle bekomme über den Kampf. Ah, nicht der mit Stern. Nicht der mit Stern. So, den hier mach ich auch mal kalt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist sowieso tot. Und der haut ab. Oh ja, verzieh dich bitte. Bitte verzieh dich. Wir gehen erstmal in die Lava. Viel Spaß beim Schwimmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal den Weg, ne? Verzeihung. Oh, und dann hier lang. Ich trink mal einen Schluck. Ah, gutes altes H2O. So. Und dich weggeballert. Und den Lava-Kloppen auch. Nein. Wow. Ich hab gar kein Energieschild. Ah. Das ist natürlich nicht so klug. So, jetzt aber. So. Da an dich. Hier lang. Warum sind unsere Balken so down? Die sind doch gut ausgeruht. Und nicht durchnässt. Keine Ahnung. Und der Spawner da hinten, ne? Da kommen die ganze Zeit neue. Deswegen geh ich mal weg hier. Da ist noch ein Spawner. Oh, oh. Was ist das denn? Schwefel, ne? Das, was die Dinger, äh, die, die Blobs manchmal droppen. Ich hab Angst, dass gleich einer von hinten kommt. Ja, ich würde auch gern durch die Lava spazieren können. Das wär geil. Bin schon ein bisschen neidisch. So, da ist der Turm. Ich sollte mir nämlich ein Sicherheitsportal bauen, ne? Ich will aber, gerne aber auch, dass das Sicherheitsportal in Sicherheit ist. Ah, der hat einen leichten Rückstoß, fällt mir grad auf. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Im Vergleich zu dem Frost. Der hat das ihn nicht. Der verlangsamt zwar, aber der hier stößt sich zurück. So. Und. Noch ein. Und. Noch ein. Alter, es stirbt doch endlich. So. Und er hier noch. So, sehr gut. Uh. Was ist das denn? Eckiges. Stück Ruine, wa? Und ganz gerne würde ich den da auch zerstören. Da ist noch ein Turm. Ein Erstturm. Da auch und da auch. Uh. Uh, wir haben endlich Herz gefunden. Lobet den Herrn. Geil. Und hier brauche ich nicht mal ein Dingens. So. Äh, wie auch immer. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Ich baue jetzt mal ein Sicherheitsportal. Hm. Da. Das sieht auch geil aus mit diesem eingestürzten Dach hier. Ach, die Ashes sind echt hübsch. Haben sie sich nicht lumpen lassen. Und ich würde sagen, soll ich das schon mal wegbringen? Halt. Erstmal mache ich dich platt. Und ich mache den Spawner da hinten kaputt. Ganz ehrlich. Sonst, ganz ehrlich, das wird doch eine never ending story wieder. Feuerball. Treffe ich? Ja. So. Bitte, bitte geh mal kaputt. Frag mich auch, ob vielleicht eigentlich ein anderes Element viel effektiver wäre. Ich treffe doch, oder nicht? Ich schließe mal ein bisschen weiter unten. Zerstört. Ha. Sehr gut. Oh, der hier. Vielleicht, wenn wir zurückgehen. Keine Ahnung. Energie steht. Und wir packen die Spitzhacke aus. Und machen uns wieder frischer ins Werk. Wir haben noch einen dicken Turm. Vor allem einer, der richtig schön sicher ist mit diesem Stein. Weil der Stein wird ja nicht sinken, glaube ich. Gehe ich mal stark von aus. Und von... Oben nach unten. Ja, ich überlege gerade von unten nach oben. Weil unten sinkt ja zuerst. Aber, das ist ja für uns völlig egal. Nee. Weil dann müssten wir ja Zeit verschwenden, nach oben zu klettern. Das kostet... Ne? Was ich hier gerade mache, müssten wir dann machen. Deswegen, von oben nach unten ist, glaube ich, eine clevere Devise. Aber belehrt mich gerne eines Besseren, wenn ihr da meint, ich irre mich. Und begründet, warum ihr das meint. Ich habe natürlich keine Ahnung. Für mich ist das genauso neu, wie für euch. Obwohl, wahrscheinlich ist es für mich neuer als für euch. Ihr habt wahrscheinlich schon 20 von diesen Dingern hier abgebaut. Ich hätte es ja auch früher gemacht, aber es ging ja nicht. Scheiße, habe ich die Sachen jetzt da hingelegt? Nee. Jetzt bin ich überladen, ne? Nee, doch nicht. Ja, das falle ich natürlich... Wenn ich dann ganz nach unten falle, ist das natürlich doof. Weil ich dann jedes Mal nach ganz nach oben klettern muss. Sollte ich dann immer... Wenn ich so ein Stück wegbreche, sollte ich darauf achten, was da drunter ist, ne? Hier zum Beispiel sieht es aus, als ob der hier noch ist. Aber ich glaube, den schlage ich dann auch weg. Ich mache einfach mal... Learning by doing. Anders geht es ja nun mal nicht. So. Da unten liegt jetzt das Erz. Und ich habe es nicht aufgesammelt. Hm. Hier ist noch was. So. Sehr gut. Das Ding hier. Zack. Hier. Ja, um die sollte ich mich kümmern. Ja. 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 Ich mache den Brocken hier noch weg. Sammle das Erz auf, was ich abgebaut habe. Da liegt noch welches. Gib mir das. Singt ja noch nicht, ne? Oh Gott sei Dank. So, hier ist noch Flammkern-Erz. Da auch. Hier. Ja, das ist natürlich besonders gemein, wenn der untere Teil zuerst sinkt. Dass, ähm, dann die Sachen, die unten liegen, nicht mehr erreichbar sind. Ach doch, die schwammen ja auf der, auf der Lava. Gott sei Dank. Und wegen Gewicht gehe ich mal kurz zurück und schmeiße alles ins Lootloch. Und bei der Kampung, da ist die Sachen, die unten drin, sind ja gar nicht mehr gut. Ich bin ein paar Uhr, ich bin ein paar Jahre alt. Oh Gott. Ich bin ein paar Mal.